Hallo Welt, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Wir sind hier am Setting für Jeans Fritz, haben gerade ein paar Fotos gemacht und ich dachte, ich nutze die Gelegenheit schnell und bedanke mich. Ein paar Tage ist der Song jetzt online bei YouTube und ich wollte mich bedanken für euer geiles Feedback. Das Video hat jetzt knapp 2000 Views schon und das nach der kurzen Zeit. Vielen, vielen Dank dafür. Macht weiter so, sagt bitte weiter und ganz, ganz wichtig, kommt am 21. April nach Kassel ins Dock 4. Dort gibt es dann die Release Party, die CD erscheint am 21. wird ab dann auch nicht nur bei uns im Vorverkauf, sondern auf allen Streamingportalen, aber auch bei Saturn und Mediamarkt, Amazon natürlich, wird überall erhältlich sein. Das heißt, spätestens da könnt ihr euch das Ding dann käuflich erwerben, runterladen oder euch eine CD zuschicken lassen. Die beste Möglichkeit allerdings, die CD zu kriegen, ist tatsächlich am 21. April ins Dock 4 zu kommen, zu meiner Release Party. Ben Höner wird da sein, wird vorher ein bisschen spielen. Ich werde mit Band da sein. Castlemania wird da sein. Egberts Pferdehäfter wird da sein und für Erfrischungsgetränke sorgen. Es wird ein richtig guter Abend, eine schöne Party mit geiler Live-Musik. Lasst euch das nicht entgehen und nehmt euch eine CD persönlich mit. Würde mich sehr freuen. Ansonsten habe ich noch ein anderes Anliegen. Wir sind gerade dabei, die Radiostation anzugehen, versuchen die Single Tanzen im Regen, aber auch die ganze EP, dass die in der Radiowelt in Deutschland gespielt wird. Und da könntet ihr uns theoretisch helfen. Ruf bei eurem Lieblingsradiosender an oder auch bei denen, die ihr nicht so leiden könnt. Und schreibt denen eine Mail und wünscht euch am besten Tanzen im Regen von Ben Black. Das würde mir sehr viel weiterhelfen. Dann sehen die Leute, dass das Zeug gehört werden möchte. Ja, ansonsten nochmal vielen Dank für dieses geile Feedback. Das macht super Spaß. Ich freue mich auf den weiteren Weg. Wir sehen uns am 21. April. Euer Ben. Bis zum nächsten Mal.